so willkommen hier zum vorletzten spiel dieser beiden mannschaften wer hat sich im alltag mit dabei gefallen gemacht der ganz heißer heute ist ja schon voll fokussiert weil die einen wollen da unten raus aus dem tabellenkeller halt auch könnte einen großen schritt raus machen wenn sie hier gewinnen ja aber da wird sehr hart ein lauf noch ungeschlagen in dieser rückwunder könnten sich jetzt dann momentan einmal auf platz drei setzen so auch Oh. 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 verlässt den wac richtung innsbruck spannend wer aus seiner position spielen wird ja was ich mich auch frage bella rabi wird seine lei in einen kauf umgewandelt oder nicht nein das wurde echt habe ich nie ganz noch gesehen nämlich dachte ich mir aber jeder fährt so wenig gezeigt nahezu toll in der zahl geht es nicht wahr oh verdrückt Ja, der spielt gut aus diesem Konter, aber mit Topaz-Bellerabi-Schnellspieler. Ah, schau doch. Ah, daß! Da hat er jetzt die Probleme in dem Spiel, der effektiv gegen Atak. Ah, daß! Ah, schau doch. Na gut, Pausenführung haben wir für Alter, die gut über ihre Konter agieren. So, Änderungen gibt es hier derweil keine. Ah! Ah, daß das hier wieder anfangen können. Oh! Ah, schau doch. Oh! 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 Das war's für heute. Man muss offensiv agieren. Kann man das noch ändern? Ja. Super, Tor! Oh! Oh! Jetzt wird der Wärzel. Jetzt muss man sich dann mehr defensiv zurecht spielen und auswählen kommt Prokowicz. Jetzt wird der Wärzel. 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 Oh! Nein! Oh! Alter! Jetzt wird der Wärzel. Glück auch noch! Oh! 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 Ja, schön. Aufsatz. Ja. Hmm... Ah... Alter, schießen die sich vielleicht vorerst weg. Aber ich glaube der Punkt wird sich auf jeden Fall ausgehen. Ja, und wer jetzt verliert dann oder gewinnt das erste Spiel dann nicht? Ja, irgendwann muss eine Serie mal zu Ende sein. Ja, defensiv hat er nicht so gut gestanden, offensiv hat es auch nicht ganz funktioniert. Jawohl. Zeigende Karten, nochmal schlau. Tschüss. Ja, gratulation. War das ein Schritt aus der Krise. Ja, alter gut gemacht. Auf Konter gelauert. Sehr gut umgesetzt. Und auch im defensiv dann gut dagegen gehalten. Ja, das war's auch schon. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschau. 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 Tschau.